Als Christ musst du. Ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen, Pastor Sven Barth. Und ich möchte uns heute ein neues Video zu dem Thema aufzeichnen. Und zwar, als Christ musst du immer gesund sein. Gott möchte, dass du nie krank wirst. Gott hat in seiner Errettung vollständige Heilung für uns erworben. Und wir brauchen das einfach nur im Glaube annehmen. Und dann werden wir nicht krank. Ist das wirklich die biblische Botschaft? Oder sagt die Bibel oder meint unter Heilung etwas anderes? Wollen wir uns heute aus dem Wort Gottes anschauen? Und zwar, ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Als Kind hatte ich große Angst vor dem Tod. Aber auch vor Krankheiten. Und als ich zum Glaube kam und dann so die biblische Lehre auch für mich erkannt habe, da wurde mir einiges klar. Natürlich, dass der Herr Jesus den Tod, die Macht genommen hat. Das war einmal wunderbar. Aber auch, was heißt das jetzt für mein Christenleben? Und das wollen wir uns heute anschauen. Was sagt die Bibel über Heilung? Was sagt die Bibel über Krankheit? Kann ein Christ krank werden? Manche Kreise, ich komme selbst aus solchen Kreisen, die sagen, nein, Heilung musst du proklamieren. Und Gott möchte nicht, dass du krank wirst. Da zieht man sich auf gewisse Stelle. Vielleicht können wir das heute klären. Das Erste, wir wollen gleich in die biblische Lehre hineingehen. Das Video soll ja relativ kurz werden. Krankheit ist eine Ursache des Sündenfalls. Das ist ganz klar. Also als Nichtgläubiger habe ich mich immer gefragt, warum werden Menschen krank? Was ist denn der Sinn dahinter? Als Christ weiß ich, dass ein Christ krank werden kann. Es kommt durch den Sündenfall. In Römer 5, Vers 12, da heißt es ja, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kamen und so dann auch der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Das war der Sündefall durch Adam. Und hier sehen wir den Grund, warum Menschen krank werden, warum der Tod zum Erdenleben gehört, ist im Sündefall verhaftet. Aber in der Bibel, das Wort Gottes, lese wir natürlich auch, dass Gott ein Gott ist, der Heilung schenkt. Ein Gott, der Menschen gesund macht. Ich lese uns mal 2. Mose 15, Vers 26. Und Gott sprach, Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm Recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und das, der Herr ist dein Arzt, der Herr, das kommt oftmals im Alten Testament vor, dass der Herr heilt, dass er dein Arzt ist. Jetzt ist es aber so, jetzt ist wieder die Wichtigkeit, die Bibel auch heilsgeschichtlich zu unterteilen. Ich kann nicht einfach ein Vers aus dem 2. Buch Mose nehmen, aus dem mosaischen Gesetz, dann auch die weiteren Bibelstelle und einfach für mich, also 2. Mose 15 ist noch nicht mosaisches Gesetz, aber diese Dinge dann einfach rauspflücken und sagen, Herr, der Herr ist ein Arzt, er will immer Heilung schenken, deswegen kann ein Christ nicht krank werden. Das sagen natürlich nicht alle Christen. Das sind wenige extreme Kreise, sagen das. Und trotzdem, ich werde nachher noch ein Beispiel sagen, ist das etwas, einfach auch praktiziert wird. Und so macht man Gläubige kaputt. Dieses alttestamentliche Verheißungswort, 2. Mose 15, das ist etwas, was Hiskia, später der König Hiskia, als er krank wird, ich glaube es ist Jesaja 39, da beruft sich Hiskia auf diese Bibelstelle. Er sagt, Gott, ich habe doch alles getan, ich bin vor dir recht gewandelt, warum bin ich krank? Und Gott schenkt ihm dann noch, ich glaube 15 Jahre sind es, wo er ihm dazu schenkt. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich das als neutestamentlicher Gläubiger auch machen? Kann ich beanspruchen, dass Gott mich einfach heilen will, indem ich diese Bibelstelle nenne? Denn jetzt haben wir ja noch Jesaja 53, wo der Herr Jesus prophetisch beschrieben wird, wo es heißt, er hat unsere Krankheiten getragen. Ja, heißt es jetzt im Neue Bund, dass wenn jemand zum Herrn Jesus kommt, dass er dann, dass die Krankheit keinen Anspruch mehr auf ihn hat und dass man einfach im Namen Jesu gebiete soll und dann die Krankheit weicht? Ist das die Verheißung, indem man sagt, ja, der Herr Jesus hat ja unsere Krankheiten getragen? Hier, und das ist jetzt wichtig, dass man dieses Konzept in der Bibel versteht, sonst kommt man wirklich zu ganz irrigen Ansichten. Ja, der Herr Jesus hat die vollständige Erlösung am Kreuz von Golgatha für uns Menschen erworben. Das heißt, im Erlösungsopfer ist alles beinhaltet. Aber jetzt muss man hier ganz gewiss unterscheiden. Und zwar, 1. Thessaloniker 5, Vers 23, wie wirkt die Erlösung auf verschiedene Bereiche des Menschen? Und der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Das ist wichtig, dass man das unterscheidet. 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Die Erlösung beinhaltet alle drei Teile. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, in der Sekunde, in der er sich bekehrt, in der er seine Sünde bekennt, wird er wiedergeboren durch den Heiligen Geist und sein Geist wird wiedergeboren. Das heißt, der Geist wird lebendig gemacht. Das ist zum Beispiel Johannes 3, Vers 3, Nikodemus. Die Seele, das ist das, wo wir Entscheidungen treffen, da wo sich unser ganzes, ja, unsere Entscheidungsfindung, auch der Kampf mit der Sünde abspielt, dieser Bereich ist nicht wiedergeboren. Und das, denke ich, kann jeder von uns wirklich auch bezeugen, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass er nicht mehr sündlos ist, sondern dass er trotzdem, oder gerade jetzt, wenn es einem auffällt, dass er mit der Sünde zu kämpfen hat. Hier gilt Römer 6,6 zum Beispiel. Ich muss mir vergegewärtigen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, begrabe und auferstanden bin. Und dann Vers 11, ich muss mich dafür halten. Und das ist ein Prozess, den muss ich täglich tun. Das heißt, die Seele ist nicht automatisch wiedergeboren, indem jetzt die Sünde keinen Einfluss mehr auf mich hat, sondern das ist der Kampf, der bis zum Tode, oder bis der Herr Jesus uns zu sich holt, der so lange sich abspielt, hier auf der Erde. Da kommen wir leider nicht drum rum. Wir sind weiterhin, Satan ist ja auch der Versucher, wir sind weiterhin im Kampf mit der Sünde. Geist, wiedergeborene Seele, ist etwas, wo sich all diese Dinge abspiele, wo ich mich entscheiden muss. Und jetzt haben wir nur noch eins, und das ist der Leib, das ist da, wo wir krank werden, da wo, ich sag mal, gebrechlicher wird alles, immer mehr, je älter man wird, umso mehr merkt man das auch selbst. Diese Erlösung, wenn das alles neu wird, das geschieht erst, wenn der Herr Jesus uns zu sich nimmt. 1. Thessaloniker 4, 1. Korinther 15, bei der Entrückung, oder wenn wir sterben, beim Herrn Jesus sind, dann bekommen wir ein neuer Leib. Bis dahin ist ein Mensch, auch ein gläubiger Mensch, weiterhin der Krankheit unterworfen. Das heißt, wenn Gott Krankheit zulässt, ich habe keine Verheißung, dass ich dann automatisch sagen kann, Gott möchte nicht dieser Krankheit, ich muss der Krankheit gebieten, und dann weicht sie von dir. Nein, das ist nicht im Erlösungswerk mit Inbegriffen. Es ist mit Inbegriffen, aber dieser Punkt des Leibes erst zum Schluss, wenn ich beim Herrn Jesus bin. Und jetzt sind wir ganz nüchtern. Wir Christen werden krank. Ich war jetzt die letzten vier Wochen krank. Ich sehe Gläubige, die bekommen auch Krebs, die haben MS, die haben Krankheiten, wie die Menschen da draußen. Wir sind kein Sonderfall. Aber ich weiß als Christ, diese Krankheit, wenn ich eine bekomme, die zum Tode ist, dann weiß ich, wo ich eines Tages sein werde. Das beinhaltet das Erlösungswerk, aber nicht ein Automatismus, dass ich nicht mehr krank werde. Krankheiten können unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel persönliche Sünde. Wir sehen zum Beispiel 1. Korinther 11, Beispiel Abendmahl. Manche sind entschlafen, der Herr musste sie wegnehmen, weil sie einfach beständig gesündigt haben. Das heißt, sie haben sie nicht selbst bekannt, die Sünde. Das ist eine Zuchtmaßnahme vom Herrn. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Krankheit heißt nicht, dass immer jemand gesündigt hat. Und das ist wirklich der größte Gräuel, den man tun kann. Also ich kenne eine wahre Begebenheit, die hat mir ein Bruder erzählt, da ist man zu einem Kranken ans Sterbenbett gegangen und man hat ihm gesagt, du Bruder, also Gott möchte nicht, dass du so da liegst. Ja, wenn du, also da muss ja irgendetwas sein, was bei dir nicht stimmt, weil wenn du in Ordnung wärst mit Gott, dann würdest du jetzt nicht so da liegen. Weißt du, so macht man Menschen kaputt. Das ist wirklich, ich sage es von mir, das ist ein Gräuel. Das kann man nicht machen, sondern Krankheiten haben verschiedenartige Ursachen. Es kann zum Beispiel Finsterniseinfluss sein, das gibt es zum Beispiel, Lukas 13 wird es genannt. Krankheit kann zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes sein, dass Gott durch die Krankheit sich selbst verherrlicht. Es kann Buße herbeiführen, Offenbarung 2 zum Beispiel. Es kann eine Prüfung sein, 2. Korinther 12, wo Paulus sagt, ich habe einen Dorn im Fleisch. Der hat es nicht weggenommen. Er hat gesagt, lass die an meiner Gnade genüge. Also es kann eine Prüfung sein. Es kann natürlich auch ein natürliches Mittel zum Tod sein. Also irgendwann müssen wir ableben von dieser Welt, wenn der Herr nicht vorher kommt. Es kann ein ganz natürliches Mittel sein, damit wir in die Ewigkeit transportiert werden. Es kann aber auch Eigenverschuldung sein. Ich sage, wenn jemand drogesüchtig war, gesoffen hat, was auch immer, vielleicht Sportarten macht, die total Hobbys machen, Bungee Jump oder was weiß ich, und du stirbst dabei, dann ist es Eigenverschuldung. Also unterschiedliche Arten und Weisen. Es ist nicht immer Sünde. Das ist ganz wichtig. Was ist jetzt für den neuen Bund? Ich habe jetzt versucht zusammenzufassen, Krankheit kommt durch den Sündenfall. Es ist klar, Gott heilt im alten Bund. Es ist eine Verheißung für den Gehorsam. Isaiah 53 heißt, der Herr Jesus hat unsere Sünden getragen und unsere Krankheiten. Das heißt, ein Lösungswerk ist erst mal da, als der Herr Jesus auftritt. Da heilt er ja unglaublich viele. Und die Apostel heilen auch. Aber dafür habe ich noch ein anderes Video gemacht. Das war ja die Zeichen des Messias. Das heißt, das war ein Beglaubigungszeichen. Neue Geheilsepoche geschieht. Es ist nicht der Normalzustand, dass Heilungen für uns alltäglich sind. Das hat eine Sonderbedeutung. Wir haben gesehen, ein Lösungswerk ist Körper, Seele und Geist. Wir haben gesehen, der Geist ist wiedergeboren, Seele noch nicht, Körper auch noch nicht. Krankheiten können verschiedene Ursachen haben. Manchmal weiß man gar nicht, woher kommt die Krankheit. Warum ist der krank? Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Nur, es ist wichtig, dass man mal diesen ganzen Puls sieht von möglichen Ursachen. Aber jetzt zum Schluss die Frage, ja was ist, wenn einer heute krank wird? Neuer Bund, in der Gemeinde, ein Gläubiger. Was kann ich tun? Und da ist eigentlich, ich sage mal so, Gott heilt heute immer noch. Das wird ja oft vorgeworfen, du glaubst nicht, dass Gott noch heilt. Natürlich glaube ich, dass Gott heilt. Und das habe ich schon mehr als einmal erlebt, dass Gott heilt. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das ist wunderbar. Aber er heilt nicht immer. Ich habe auch schon Menschen sterben, sehen, das waren hingegebene Gläubige. Und Gott hat sie trotzdem weggenommen. Und das ist einfach ein natürlicher Prozess. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn jemand krank wird, du kannst die Ältesten rufen, man kann dafür beten, das hat auch Paulus getan. Er hat für seinen Stachel im Fleisch gebeten. Und das ist etwas, das wir heute auch tun dürfen. Wir dürfen für die Gläubigen beten. Aber, oder was heißt aber? Aber doch, ich muss offen sein für das, was ist der Wille Gottes. Und wenn Gott nicht heilt, dann ist es trotzdem in seinem allerbesten Ratschluss mit Inbegriffen. Dann ist es dem Gläubigen trotzdem zum Besten. Ich sage nicht, dass ich die Wege Gottes immer verstehe. Und manchmal denke ich auch, warum, Herr, lässt du das jetzt zu? Aber ich bin nicht Gott und ich muss gewisse Dinge einfach so stehen lassen. Aber Gott heilt. Gnadengaben der Heilungen, das ist im Plural. Also Gott schenkt heute noch Gnadengaben der Heilungen. Aber eins darf ich nicht machen. Ich darf nicht proklamieren, befehlen oder dem anderen sagen, du, weil du nicht genug glaubst, bist du jetzt krank. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen einfach alles in die Hand Gottes geben und dann kommt Gott zum Ziel. Wie er das tut, ist seine Sache. Aber eins ist mir auch ein Trost geworden, das hat mir mal ein Bruder gesagt, ein Gläubiger stirbt nicht an einer Krankheit, sondern am Wille Gottes. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Hoffnung. Ich hoffe, das Video konnte euch ein Stück weit helfen. Ist ja auch wieder nur ein kleiner Einblick in das Thema Heilung, Krankenheilung. und ich hoffe, dass es euch eine gewisse Hilfestellung geben konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich ganz besonders. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Sege, alles Gute, Pastor Sven Barth. und ich hoffe,